Es wird wieder gepaddelt. Am 23. September findet wieder der große Melitta Schlachte Drachenboot Cup statt. Melden Sie sich jetzt an unter www.schlachte-drachenbootcup.de. Bilden Sie ein Team aus Freunden oder Kollegen. Eine Trainingseinheit, das Boot und der Team-Pavillon werden vom Veranstalter gestellt. Die Mannschaft mit dem besten Look erhält wie immer den Teampreis. Melitta Schlachte Drachenboot Cup – das Spaßrennen für jedermann.